Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Falls es euch gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie findet ihr meine neue Hose? Geh mal näher ran, sieht man so schlecht. Die Büroklammern machen das Bild echt perfekt. Bist du aus Spongebob? Heiß aber nächstes Mal bitte ohne. Er wollte nur die Büroklammern zeigen. Und damit erneutes Guten Morgen. Es ist mal wieder Zeit. Ich werde nun ein wenig. Mein Bildschirm war noch nie so klebrig. Wow, in jeder Öffnung des Handys befindet sich noch etwas Lustschleim. Digga wegen Cut mache ich in meinen Sub keine Soße und so der Hörn lacht mich aus und macht Bild. Was sein Problem Digga? Gedemütigt. Er macht einfach Insta-Story. Hahaha. Was für ohne Soße du Knecht. Ich esse nie mit Soße. Das ganze Soßen-Zeug ist ekelhaft. Me or the PS5? Steifen Brosteifen. Bin fertig. PS5 da kann ich das in 4K anschauen. Schwierige Entscheidung. Gehen jetzt in eine lockere Duowind-Challenge mit Niklas Wilson. Willi mit Bart. Niklas Wilson seit wann Bart wuchs. Willi vor 3 Jahren. Danke, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Bis zum nächsten Video eure Tweet-Stube.